Let's Play The Escapists So, ich habe ja gerade gespeichert Oder beziehungsweise ich habe ja gestern nach der Folge gespeichert Habt ihr ja alle gesehen Das heißt, ich habe meine Waffe wieder Und ich wurde quasi nicht zusammengeschlagen Weil dieser Teil nicht existiert Das ist mal so mein kleiner Cheat Den ich hier in diesem Spiel anwende Ich bin eigentlich kein Cheater Ich gebe zu, ich bin eigentlich kein Cheater Allerdings Manchmal muss man es Manchmal muss man cheaten Und wir gucken gerne nochmal kurz nach Oder wir müssen nach oben gehen dafür Egal, wir warten erstmal ab Wir müssen ja erstmal Halt, wir können doch nachgucken Aber erstmal Achso, wir haben null Münzen Gut, es hat sich gespeichert Folie wäre schon klasse, ne? Seil wäre auch nicht schlecht Ach, Miso Hörf mir zum Folgen Die alle verkaufen so tolle Sachen Und ich habe einfach kein Geld, ey Wieso bin ich so arm dran? Freunde, wieso bin ich arm dran? Warum bin ich arm dran? Ich verstehe es nicht Ich will einfach nur Geld haben Wer eine Spachtel von Erik Und Phil Banane Will, dass du Runcy verprügelst Okay Vielleicht verprügelen wir jetzt nicht mehr Jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr Wir brauchen Geld Was für Quests habt ihr? Ich habe Miso vor einiger Zeit Etwas gegeben Tasse Okay Miso Oh Okay, Miso Wieso verprügelst du nicht einfach mal Houston Oder Justin Justin Justin, ne? So, jetzt ist er tot Jetzt können wir gucken Und da ist die Tasse Aber die nehmen wir eben gleich erst weg Nach dem Morgenappell Wenn keiner hinsieht Shit, er hat es gesehen Muss kurz weglaufen Okay Er hat schon nachgelassen Alles gut So, 25 Münzen reicher Werden wir gucken, was wir noch haben Ich bin nach der Suche nach Würfel Ja, Würfel Ja, gut Können wir annehmen Irgendwann verschwindet die Quest von alleine Wenn wir bis dann keinen Würfel haben Ist halt so Ist halt so Äh, Officer Arif Arif verprügeln wir tatsächlich sehr gerne Muss ich dazu sagen Und Fallout Boy Müssten wir eigentlich mal was schenken Damit wir so ein Seil kaufen können, ne? Ich mag jetzt keine Sachen zu verschenken Ich würde ihm auch Münzen schenken Aber nö Wieso? Ach, verdammt Miso ist nicht mehr mein Freund Sonst hätte ich ihm sagen können Dass er nochmal jemand verprügeln soll Dann hätte ich ihm was geklaut Und dem anderen was geschenkt Ja Aber leider läuft das nicht so Leider nicht Äh Richtung Lüftung gehen? Was meinst du damit? Klebeband Bitte verzieht euch alle Wieso laufen hier so viele Werte durch die Gegend? Verdammt Okay Hat niemand gesehen Scheiße Lauf durch Okay, Phil Banane Gib mir mal das hier Und Das Liedermagazin Das mögen so viele Sehr schön Somit können wir schon mal den Kopf herstellen, ne? Falls die Intelligenz bei uns reicht Sehr schön Der Kopf ist erstellt Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil Und Geld So, King Julian sagt Zero, geh heute Nacht nochmal in die Lüftung Und dann nach unten Weil da warst du in der vorletzten Folge nicht wirklich Lüftung? Welche Lüftung? Meinst du diese Lüftung? Der Lüftungsschacht, meinst du? So Und dann nach unten? Meinst du Meinst du hier unten? Kennen wir doch das Gebiet Das kennen wir doch Oder welches unten, meinst du? Achso Ich soll in den Glitch reingehen So, da musst du mich führen Äh, wenn ich jetzt den Glitch finde Aber da müssen wir noch lang Ich glaube, das führt uns nirgendwo hin, ne? Ähm, verwirrt Nach der Arbeit haben wir sowieso ein bisschen Freizeit Von daher können wir uns hier ein bisschen Zeit lassen hier oben So, jetzt gehe ich in den Glitch rein Und dann soll ich Richtung Äh, soll es nochmal in den Bug ausnutzen Und dann nach unten Oder besser gesagt süden gehen Okay, gehen wir noch süden Und hier soll jetzt was sein Ganz viel Wasser Mittagsappell, ich dachte, wir haben Freizeit Gut, dann gehen wir nochmal zurück Alter, ist das ein langer Weg Halt, hier müssen wir rein, ne? Eines Tages verlaufe ich mich noch Wenn wir übrigens zum Mittagsappell nicht rechtzeitig erscheinen Dann werden wir hops genommen Und all unsere Zugänge werden beseitigt Außer man wird da noch Folie liegen Hab ich gerade erst gesehen Bin schon da Alles gut Äh Das Magazin möchte ich dir eigentlich gar nicht geben, ey So, ähm Spachtel von Erik Die Würfel haben Banane Officer Arif Gut, dann verprühen wir gleich mal Officer Arif Lenkt die Werte ab, wenn Arm dessen ist Das klingt auch gut Okay, easy So, Officer Arif Gerade noch geschafft Gerade noch geschafft Alter Schwede Oh, nein Wer warst du? Es tut mir leid Ach, das war nur viel Banane Alles gut So, dann klauen wir uns mal den Arif Oh, da wurden wir von der Kamera gesehen Das ist ein bisschen unwünstig Und dann klauen wir Arif nämlich Das hier Wozu wir die Platine brauchen, weiß ich auch nicht Aber sie ist illegal Wir nehmen mal das beides mit Lautsprecher Vielleicht kann man das irgendwie kombinieren Hm Oder Ach, Extendix Musste das halt Ich kann ihn jetzt nicht beklauen Oder was da Dann gib mal das her Und das Metallblech brauche ich nicht so wirklich, ne Ich wollte eigentlich gucken Ob ich irgendwas Mit den Dingern hier anstellen kann Nö Oh gut, dann werfen wir die hier hin Ja, nimm's nicht verprügeln Hier, ich bestech dich mit Sachen Die Eiergärken Nimm das Radio Ach, verdammt Gut, dann nehmen wir uns noch ein Holzstück Und noch ne Waffe Gut, das war jetzt hier nicht mit Gut, dann lass ich mich mal verprügeln, oder? Alter So nicht euer Ernst Ich dachte einfach nur, das Tötet mich Ausgangssperre, ernsthaft? Ich wollte doch nur getötet werden Hecht, mein Sondereinsatzteam kennt sich bestens damit aus Peller wie dich aus einer Ausgangssperre aufzustöbern Es ist auch nicht so nett, die Einzelhaft zu Gleiten Das weiß ich doch Ich war doch schon oft in Einzelhaft Das ist mein erstes Mal Meine Löcher Warum? Ich wollte doch nur zusammengeschlagen werden Um die Prozente loszuwerden Ein trauriges Leben Äh, ich hab den Steg doch gesehen King Julian King Julian hat angemerkt Äh, dass da unten ein Steg ist Den wir aber schon gesehen haben Weil ich da hingegangen bin Ich weiß, wo er sich genau befindet Äh, die Frage ist Haben wir jetzt unser Enterhaken? Wir haben kein bisschen Kohle, ey Nein, haben wir nicht Es ist eine traurige Welt In der man nicht zusammengeschlagen werden kann Das nächste Mal nehm ich mir meine eigene Waffe weg Aber seit wann Werden wir Wenn wir in der Ausgangssperre zusammengeschlagen werden Äh, wieso wird alles resettet? Seit wann? Hatten wir noch nie Crazy Stuff Na gut, schauen wir mal Fallout Boy Brecheisen brauche ich gar nicht mehr Ist tu mir leid Da kommst du zu Spade Ähm Jetzt verkaufen wir alle plötzlich Brecheisen oder was? Denkt die Wert ab, wenn Frühstück ist Easy Dafür gehen wir kurz mal hier rüber Zack Und legen unsere Waffe ab Zack Und dafür brügeln wir sie Scheiße Das gibt es doch nicht Jetzt habe ich das Ding da gegrappt Den wollte ich gerade zusammenschlagen Zack So Schon haben wir unsere 30 Münzen Alles wird gut Und vielleicht hat der sogar ein Klebeband Das wäre Richtig genial Er wurde beklaut Er wurde einfach beklaut Hallo Miso Du bist mein Freund, ne? Ah Du bist mein Freund Könnt ihr ihn quasi beklauen Aber nee Nee, machen wir nicht Auf jeden Fall irgendwie Klebeband Wäre schön, wenn ihr euch nochmal zusammenschlagen würdet Das würde mir alles erleichtern Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Klebeband Ich möchte ja unbedingt diese Kamera hier noch zumachen Damit ich hier das Ding hier aufbauen kann Eine Folie haben wir tatsächlich noch am Start Das ist nicht schlecht Ähm Die war von dem ich erstmal an mich Die andere hinten liegt ja noch da hinten, ne? Ich wollte nicht schlafen Nein Muss irgendwie ein Klebeband rankommen Vielleicht riskieren wir es einfach mal Wir legen mal die Waffe ab Wir müssen unbedingt an Zeug rankommen Deswegen werde ich jetzt mal ein paar Leute beklauen Und wenn ich dann halt immer zusammengeschlagen werde Dann ist das halt so Ja, wusch mal Folie Folie ist immer gut Die legen wir gleich mal ab Halt, Moment Die Waffe sollte ich auch ablegen, ne? Ja, komm Schlag mich zusammen damit Habe ich kein Problem mit Ich habe ihn mit den Fäusten zusammengeschlagen Ach, scheiße, Nugget Bist du schlecht Ist schon mal leid, aber du bist echt schlecht Darum gucke ich hier mal kurz nach Bei Snogs Das ist auch nicht schlecht Ne, jedenfalls kriegen wir unsere Folie zusammen Und was ich auch noch mitnehmen könnte, ist Lass ich das Ding nochmal öffnen, ne? Ähm, die Tasse Aus kann ich nochmal Kakao herstellen Wenn ich eiskalt einfach mal alles beklaue So, lila Magazin Was brauchen wir ganz dringend davon? Eigentlich gar nichts, ne? Stell zum nächsten Bevor Nugget aufwacht Wir haben vielleicht hier kein Schwein vorbeiläuft Ich habe voll Glück Ein Seil Oh, ist das episch Okay, damit sind wir ein Seil reicher Das Radio legen wir weg Das Feuerzeug nehmen wir mit Und die Schokolade nehmen wir mit Und das Radio lassen wir hier fallen Nehmt das Radio, aber nicht mich Ach, die haben das Radio sofort eingesteckt Ja, komm, schlag mich zusammen Ich habe nichts zu verlieren Alles gut Ich habe Nugget verprügelt Sauber Der ist verkrüppelt Der kommt jetzt nicht mehr so schnell zu mir So Ach, plötzlich kann er sich schnell bewegen, oder was? Er hat sich ausgeruht Er hat mich verloren Er hat mich verloren Äh, was hast du am Start, Erik? Die Gabel, dankeschön So Ach, Nugget haben wir schon mal verprügelt Den haben wir die Ach, den haben wir die Waffe abgenommen Deswegen hat er nichts drauf gehabt Ich verstehe Noch mehr Pfeilen Pfeile sind immer gut Okay Hier haben wir Holz Und Klebeband Und Klebeband Sauber Klebeband Genau das, was ich brauche Ich muss aber irgendwas ablegen Oder Ganz anders Ich stelle einfach mal mir ein Kakao her Leider müssen wir uns gleich nochmal verprügeln lassen Das geht nicht anders Aber zumindest haben wir jetzt schon mal das Klebeband Mit dem Klebeband Können wir jetzt ganz easy uns schon mal so eine Brechstange zusammenbasteln Oder Brechstange, was? Enterhaken zusammen sammeln Und das Seil noch einfügen, falls die Intelligenz reicht Wenn nicht, bin ich zu blöd Zwölf Intelligenz brauchen wir noch zusätzlich Dann haben wir den Enterhaken Ähm, das legen wir auch noch ab Haben wir doch irgendwas hier, was ich mitnehmen kann Bei der Medizin, ne? Na komm, schlack mich zusammen Sehr schön Sehr schön, dass wir noch zum Mittagsappell gehen Bevor wir jetzt noch gesucht werden Das ist sonst nicht so schön Oh, 50 Münzen Ähm Irgendwann kaufe ich mir das Beizalz Irgendwann Aber noch haben wir Wichtigeres zu tun, oder? Weil wir kaufen uns das Balzerholz Oh, es ist illegal Tschüss drauf Dann werde ich halt nochmal verprügelt Ah, ich hab in die Medizin reingezogen Okay, hab nichts gemacht War ein Versuch wert Macht nichts Wir überstehen erstmal die anderen Leute Erstmal Erik beklauen Und ich glaub, da unten liegt nochmal ein Erik rum Würfel Sehr schön Oh, wir haben noch eine Pfeile Pfeile kann man nicht genug haben, ne? Allein schon wegen, äh Ihr und so, ne? Ah, Erik hat nichts Erik hat nichts Gut Legen wir mal die Pfeile beiseite Und der nächste verkrüppelt Ja Jetzt haben wir schon zwei Krüppler hier So, Hofgang Einer wollte einen Würfel Willst du immer auch den Würfel haben? Jetzt will er den Würfel nicht mehr haben Das ist doch nicht dein Ernst Ich glaub, hier hatten wir sogar das letzte Mal bekommen die Quest Egal Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen, äh, Murkis nachholen Und dann ein bisschen Intelligenz nachholen Ich habe Queen Bianca vor einiger Zeit etwas gegeben Betttuchseil Ja, gut, okay Ach, du willst einen Würfel, Niklas Welch ein Zufall aber auch Lenkt die Werte ab, wenn Abendessen ist Das klingt auch einfach Das ist alles easy, Freunde Das kriegen wir hin Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal Intelligenz trainieren Und scheißen auf alles Oh, sehr viel Intelligenz Zwei Folien und ein Klebeband Werde ich mal gleich gucken, was draus passiert Ist auf jeden Fall sehr interessant Bisher haben wir immer nur eine Folie und ein Klebeband zusammengefügt Na, Justin, geht's dir gut? So, wir haben auf jeden Fall zwei Folien hier Und, äh, kein Klebeband, ne? Naja Eigentlich könnte ich dich einfach zusammenschlagen Ganz einfach Aber wir haben Abendessen Und deswegen werden wir jemanden verbrüllen müssen Auch wenn wir diese Folge so oft aufs Mauer fliegen Ist mir egal Ich brauche den Stuff Es tut echt mal gut, so ein paar Sachen zu untersuchen Gott, hat mir das gefehlt Einfach mal komplett frei zu sein Alles mitnehmen zu dürfen, was ich möchte Oh, die haben wir schon beklaut, ne? Dann beklauen wir halt den hier Bertha, bitte Lass mich nur Bertha beklauen Ja Äh, nichts Und der nächste verkrüppelt Bäm Wir verkrüppeln sie einfach alle, Freunde Das, das ist der Plan Wir verkrüppeln einfach alle Aber sie können, wenn sie hinter mir her sind Können sie plötzlich schnell laufen Und das ist das Abgefuckte daran Und schon ist er nicht mehr verkrüppelt Hm Clearwand Okay, testen wir's Scheiße, falsches Zimmer Ne, gar nicht Das ist doch mein Zimmer Musst du im Abendappell, also schnell So Dann werden wir gleich vorm Schlafen gehen Kurz prüfen, was das für ein Gegenstand ist Und dann war's das, glaube ich, auch schon fast für diese Folge, ne? Ich hab's wieder getan Noch ein Holzstück Somit haben wir zwei Holzstücke Bald können wir herausfinden, was passiert, wenn wir drei Holzstücke nebeneinander legen Vielleicht reichen auch schon zwei Vielleicht kriegen wir durch die Folie Folie plus Klebewand auch Äh, ein Stück Für das Boot Wie zum Beispiel Ich weiß nicht Wieso waren eigentlich keine Wärter da? Ich hab alle Wärter verkrüppelt, die hier Alle drei Wärter hab ich verkrüppelt Die beim Abendappell dabei sind Oh Wieso hab ich jetzt viel Bananen mitgenommen? Ich weiß es nicht Nein Mein Holzstück Mein Holzstück Warum? Oh, schon wieder Morgenappell? Na gut, Freunde Dann, äh, müssen wir's morgen ausprobieren Äh, oder wir machen das jetzt schnell Ich hab's ja eigentlich versprochen Zero, ich hab einen verdammt guten Tipp für dich Versuch mal zwei Folien und ein Klebeband zu kombinieren Achso, das ist kein Das ist kein Klebeband, ne? Wo ist mein Klebeband? Wo ist mein Klebeband? Ich hab gerade echt gedacht, dass der illegale Beutel Klebeband ist Frag mich nicht wieso Zero, ich hab einen verdammt guten Tipp für dich Versuch mal zwei Folien und ein Klebeband zu kombinieren Die, äh, das ist ein Gegenstand, den du definitiv gebrauchen kannst Ich muss sagen, der Julien hat recht Luft kann man echt gebrauchen Luft ist sehr wichtig zum Ausbrechen Ohne Luft würde ich wahrscheinlich sterben beim Ausbrechen Na gut, Freunde, ich würd sagen, äh Dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Fallout Was? Nein? Von The Escapists Und mal gucken, was daraus wird Haut rein, euer Zero Tschüss